Der Koloss von Konga. Ein Urwildungeheuer bringt Tod und Vernichtung. Der Koloss von Konga. Furchtbarer als alles bisher Dagewesene. Schrecklicher als die Fantasie es sich ausmalen kann. Abenteuer im Dschungel. Der Koloss von Konga. Uta, der Koloss von Konga, bedroht die Welt. Hilfe, Uta! Der Koloss von Konga versetzt eine Millionenstadt in Angst und Schreck. Lass ihn los, Uta! Flugzeuge, Hubschrauber und Panzer gegen die ungeheure Kraft eines Urwaldgiganten. Der Koloss von Konga. Ein Film voll nervenzerreißender Spannung. Wird es gelingen, das Hund hier zu fangen? Uta! Eine super Produktion der Shaw Brothers Hongkong. Ein Film wie ein Orkan. Atemberaubend, überwältigend, gigantisch. Der Koloss von Konga. Untertitelung des ZDF, 2019 Nummer 12 Nummer 13 Nummer 17 Nummer 15 Nummer 14 Nummer 14 Untertitelung des ZDF, 2020